Es kommen neue Fortnite-Bandreds rein. Einmal auf jeden Fall hier der Playstation-Generations-Cup. Hier kann man gewinnen, die gibt es ja auch in weiß, da war man im Itemshop in weiß. Und wenn ihr bei dem Cup mitmacht und der richtig gut seid, könnt ihr sogar eine PS5 gewinnen. Um diesen Skin zu bekommen, müsst ihr einfach einen epischen Sieg holen und unter den 2400 Leuten sein. Und nochmal einen epischen Sieg, um das Backblink zu bekommen. Und auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, ich würde mit Fizzy auf jeden Fall. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lasst. Guckt auf jeden Fall auch gerne mal bei ihm vorbei. Er ist auch gerade auf Twitter live. So sieht es aus. Really? Guckt auf jeden Fall. Päden. Hey, lass mal einspielt ein bisschen. Okay. Hey, aber nimm. Hey, aber nimm, äh, Sweaterskin. Oder nehmt sich einen Skin von dem PlayStation Plus Bundle mit irgendwas geilem halt. Ja. Irgendwie geil komponieren oder ne geile Komponation machen. Ja Leute und der was. Ich hatte da glaub Skateboard drauf oder irgend sowas. Also ey das Bergspiel von dem würde ich nicht nehmen. An geht jeder auf dich. Weil es sein können, dass du No Skin eigentlich warst. Und dann einfach so ein Gratis-Skin abgeholt hast. Und ja. Hör mal. Ah ja. Ich hab hier so. Guck mal meine Kombo. Krass oder? Guck mal. Ja. Ja und mit äh von Maja die Pickeln komplett schwarz. So sweaty ne. Okay Leute wir klären das. Ja dann tut mir sehr leid. Das Stream ist eben so spät gestartet. Es kann sein dass ein paar eben jetzt noch nicht online sind. Weil eben. Ich eben halt den Stream zu spät gestartet hab. Weil ein paar die am Start waren wollten jetzt ankommen. Und haben gesagt. Wann kommt denn der und so weiter. Ich hab auch schon gemerkt. Ein Ehemann hat mich sogar geedit. War online. Nur ich bin angekommen. Der war da vor 16 Sekunden online. Weil Bro falls du den Stream siehst du bist. Der heftigste. Damit brechst ich. Okay. Irgendwas an. Was können wir genau heißen. Aber. Der ist auf jeden Fall ungefähr um neun. Warte mal. Warte mal. Okay. Ungefähr. 3 Uhr 30. Ähm. Reingegangen. Und ja. So. Klar das Leute. Ich bin jetzt hier mal ein. Ich bin das hier einmal. Und dann machen wir wieder mal. Du. Hey hey hey. Bro. 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 über jedoch also ja auch nicht die mich auch dahin für mich Oh mein Gott, Alter. Hey, warum hört mich doppelt? Alter. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, Alter. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. mehrmals dazu zu sagen warum soll ich überhaupt noch mehr dazu sagen warum zur Hölle haben wir einen 100er P komm bitte geh doch Leute mein Internet ne heute war ich mal ganz glücklich oh mein Gott nein die können nicht warten fuck die Leute die wollen es einfach so ne oh mein Gott Leute dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da weil ich habe gerade in einer Box zusammen mit 30 HP zwei Leute umgebracht lasst auf jeden Fall für diese krasse Aktion ein Abo und ein Like da hey Gabe musst du dir angucken einfach nur krass weil ich gerade gemacht hab guck dir jetzt sofort an einfach nur krass weil ich gerade gemacht hab mit dem 100er Ping sogar hey guck an guck an bitte ok guck an guck an guck an guck an ufff so wird lernen säg guck an vielleicht ne Runde Castling Games voll geil so was ja easy hey aber guck in meinen stream und spuhl ich weiß gar nicht aber guck bitte okay ja aber du musst du uns angucken einfach nicht krass leute leute ich weiß dann wie ein oder an der ein oder andere von euch gemacht hat oder auch der stau der schläft ich weiß leute die kartoffel einfach gewonnen ja 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 einfach gewonnen einfach gewonnen oh oh alter Leute, hast du noch mal mit dem 100er-Appein? Hey, was guckst du grad? Hey, guck lieber mal meinen Stream, die eine Minute da. Äh, ja, Winterpaket. Neues Winterpaket, genau. Hey, hast du gesehen, wo ich da drei, vier in einer Box geholt hab? Mit so'n Omega und so weiter, ne? Ja. Welchen Skin hab ich sein erstes gekriegt, da ich dir glauben kann? Hä? Weil die ihr wisst. Ja, ne, ich hab drei halt umgebracht so, ne, mit den HP. Ja, richtig krass. Einmal so'n Superhelden-Skin, äh, in der mir grad voll Karma gedrückt hat. Äh, ja. Ja, ne, ich hab den so, ey, weißt du, ich hab jeden mit Pumpgang gezählt. Einfach drei mit, äh, beide, äh, drei Leute, zwei Pumpgang-Hits, ne? Ich musste ja mindestens einmal, äh, und dreimal noch nachladen, ne? Ist ja komplett schwer. Ähm, ich würd' sagen, wir, äh, mein Stream geht nicht so lang, sondern ich werde eher, äh, voll geil streamen und ein Shop-Stream. Machen wir aber dieses Mal auf jeden Fall, Leute. Und, äh, sorry, dass gestern kein Video mehr kommen konnte. Sorry, sorry. Und ich würd' sagen, ich mach's später im Stream nochmal an. Gerade hab ich einfach komplette Probleme, also...